Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Stacker, die ich aussortieren möchte. Und die Regeln sind wie immer ganz einfach. Derjenige, diejenigen, die mir als erstes eine Nachricht schickt an meine E-Mail-Adresse, der kriegt das alles geschenkt. Diejenigen, die unter 18 sind, bitte eine Einverständniserklärung der Eltern, damit ich das rausschicken kann. Heute, das wird ein richtiges Projekt, denn ich habe sehr viele Sticker, die ich aussortieren möchte. Die haben sich angesammelt und ich kann sie nicht mehr sehen. Also ich habe so viele Sachen und guckt euch mal diesen Ordner an. Der ist proppevoll. Der geht schon gar nicht mehr zu. Ich kann ihn schon nicht mehr zuklappen. Und das musste ich ändern, Leute. Das muss ich echt definitiv ändern. Das mache ich so zum Schluss. Es geht mir jetzt wirklich um diesen Ordner. Und ich weiß nicht, inwieweit ich dieses Sticker Alben aussortieren kann, denn die Sticker sind nun mal da drin. Aber ich glaube, ich könnte mal in den zwei noch mal reinschauen. Da sind Washi-Sticker, die lasse ich noch. Okay. Ich habe schon mal in diesen Sticker Büchern aussortiert. Ich habe da mal... So. Nein. Die Feen können weg. Und das mit dem Einhorn. Nein, ich finde die Blümchen eigentlich ganz schön. Die lasse ich noch. Aber dieser Bogen, den können wir... Nö. Den kann ich komplett abgeben. Nein, 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 nein. So. Das sind Buchstaben. Die finde ich cool. Und das finde ich auch noch gut. Ja. Die Sticker finde ich gut. Alle anderen können weg. Das kann auch weg. Ich weiß nicht, warum ich die beiden habe. Aber ich finde die da so schön. Kann ich irgendwie drum rumschneiden? Oder soll ich die ausschneiden? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ach ja. Was man nicht alles tut. Die Welt ist echt hart. So. Aber hier könnte ich diese Elfen oder Feen oder sonst dergleichen abgeben. Buchstaben finde ich ja auch cool. Deswegen bleiben die da. Und hier werde ich mal drum rumschneiden. Drum rumschnibbeln. Okay. Ähm. Ich muss einfach hier mal so drum rumschneiden. Gut. Das bleibt da. Das bleibt da. Das bleibt da. Oh. Die da wollte ich noch weg. Die da. Ich dachte, ich benutze sie mal. Aber es ist leider nichts draus geworden. Okay. Die kommen weg. Die bleiben da. Nächstes Abteil in meinem Ordner. Die hier bleiben komplett. Das sind Buchstabensticker. Da könnte ich nochmal drüber gucken. Ich nehme mir gleich zwei raus hier. Buchstabensticker. So. Zahlen kann ich eigentlich immer gut gebrauchen. Die lasse ich da. Ähm. Einen Bogen gebe ich ab. Einen lasse ich hier. Ähm. Einmal in Silber und in Gold. Die lasse ich hier. Die sind von Hema. Die brauche ich auch noch, weil ich damit ein Register angefangen habe. Die kommen weg oder nicht weg. Ich glaube, das lasse ich hier. Aber die kommen weg. Das lasse ich auch da. Die kommen weg. Das lasse ich da. Das, was ich da. Die kommen komplett weg. Die lasse ich hier. Das. Hm. Die hier lasse ich hier. Aber das kommt weg. Die lasse ich auch alle da. Buchstaben sind schon in Licht. Und kommen wir zu... Ich habe das immer versucht, so ein bisschen nach Thema zu ordnen. Aber es ist mir nicht so wirklich gelungen. Und deswegen kann es sein, dass da immer noch irgendwelche Sachen drin sind, die da nicht reingehören. Die gebe ich ab. Das war eine Zeit, wo ich ganz frisch mit Fidofaxen angefangen habe. Und da war es noch sehr in. Die lasse ich da. Das lasse ich auch da. Das lasse ich auch da. Bei denen muss ich nochmal gucken. Die kommen weg. Das lasse ich da. Das lasse ich da. Das lasse ich da. Die kommen weg. I don't know. Weg. Fassen wir. Ähm. Hm. Bis zu diesem Teil gefällt es mir gut. Der andere kommt weg. Deswegen brauche ich nochmal meine Schere. Und jetzt gucke ich mal, dass ich das schön drumrum schneide. Und dann kommt der Teil weg. Und der Teil bleibt da. Ähm. Ein einzelner Sticker. Ist das wirklich nur ein einzelner Sticker? Der kommt weg. Ähm. Die Fehler finde ich noch sehr schön. Das finde ich auch sehr schön. Das hier. Hm. Ich weiß es nicht. Kommt weg. Ähm. Die, ähm. Die Briefmarkensticker. Da muss ich echt nochmal drüber gucken. Weil ich nicht alles behalten möchte. Das kommt weg. Wie gesagt. Die habe ich schon mal benutzt. Aber so langsam reicht es mir mit denen. Deswegen muss ich auch sortieren. Also das bleibt. Das bleibt auch. Und das hier bleibt auch. Die sowieso. Die benutze ich sehr häufig. Das kommt weg. Das kommt weg. Das lasse ich hier. Oder? Lasse ich das hier? Ich glaube. Also es tut mir leid, wenn ihr meine Nachbarin oben reden hört. Denn sie ist gerade sehr laut am Telefonieren. Und es kriegt mich momentan sehr, sehr auf. Also unsere Wände sind total dünn. Man hört wirklich alles. Und gerade wenn jemand so ein bisschen lauter redet, dann könnt ihr es vergessen. Ihr könnt es echt vergessen. Okay. Die lasse ich hier. Die lasse ich auch hier. Die finde ich cool. Die sind so ein bisschen Bronze. Und die lasse ich auch da. Die lasse ich auch da. Die lasse ich auch da. Die auch. Die kommen weg. Ähm, Kork. Hm. Ist nicht so mein Ding. Weg. Das lasse ich auch alles noch. Soll ich das da lassen? Ich weiß es nicht. Das kommt weg. Gut. Ähm. Bei denen hier bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Aber ich glaube, die lasse ich nochmal hier. Weil ich habe sie jetzt noch in klein und dann in groß. Das ist natürlich auch sehr gut. Gut. Ähm. Viele von euch stehen ja auf Vintage, oder? Also das möchte ich noch hier lassen. Das hier gefällt mir auch noch sehr gut. Das kann weg. Das kann weg. Das hier. Ich hasse diese Engel. Und die Queen muss ich ja jetzt auch nicht haben. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. Ähm. Nein. Das aber ja. Das nein. Das nein. Und das auch nein. Okay. Haben wir es. Wir haben es. Wir kommen dem Ziel näher, diesen Ordner endlich auszudünnen. So auszudünnen, dass ich ihn endlich wieder schließen kann. Kommen wir zum nächsten Teil. Und ich muss gerade mal schauen, wo wir sind. Ich nehme die nächsten zwei Teile raus. Am besten drei. Da ist nicht so viel drin. Und kommen wir zu, ähm, einer Rubrik, wo Krimskrams drin ist. So wirklich Krimskrams, der zu keiner Kategorie passt. Äh. Ähm. Das lasse ich noch da. Bleibt das da jetzt drin. Free admission. Den Stickern finde ich cool. Deswegen bleibt er hier. Ähm. Ich quäle mich so ein bisschen mit diesen Stickern rum. Die zwei finde ich noch gut und die auch. Die kommen weg. Die habe ich aus dem Creadoshop. Die, ähm, haben mir aber nicht so wirklich gut gefallen. Äh. Die lasse ich auch noch da. Das hier. Kommt weg. Ähm. Das bleibt da. Die hier bleiben auch da. Das bleibt auch da. Die finde ich so mega lustig. Ich habe die in einem Shop entdeckt und die fand ich so mega lustig. Ähm. Das bleibt auch hier. Die Monde bleiben auch da. Digimon. Oh mein Gott. Die bleiben natürlich da. Äh. Nochmal Digimon. Das war meine Kindheit. Oh. Ähm. Den lasse ich auch hier. Den hier auch. Äh. Weg. 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 Nee. Nö. Weg. Weg. Das bleibt hier. Genauso wie die hier. Hier haben wir noch. I love you here, there and everywhere. Upside down. Weg. Warum habe ich das aufgehoben? War überhaupt nicht meins. Äh. Finde ich ganz schön. Ich wollte auch irgendwas damit anfangen, aber nee. Warum ist das hier so hässlich? Das gefällt mir auch sehr gut. Ähm. Ich weiß es nicht. Ich muss mir das gerade mal angucken. Das sind so die letzten Reste von Stickern. und ich bin mir da nicht so sicher. Okay. Äh. Bleibt da. Bleibt da. Bleibt da. Ähm. Die glaube ich schmeiße ich komplett weg. Also die sehen aus wie keine Ahnung was das ist. Und ja. Die bleiben hier. Ah. Ich habe hier noch so ein kleines Tütchen. Perfekt. Ich habe das so ein bisschen versucht damals zu ordnen, aber keine Chance. Da kommen so viele Sticker rein und die schmeiße ich dann einfach nur rein, weil ich dann einfach keinen Bock mehr habe. Ähm. Den Sticker finde ich an sich cool. Der bleibt da. Das hier bleibt auch da. Und das fand ich auch in Ordnung. Also die das Tütchen bleibt komplett. Hier. Ähm. Die kommen komplett weg. Also es tut mir leid. Ich habe glaube ich einmal irgendwas davon benutzt und das war's. Der kommt auch weg. Ähm. Vögel. Finde ich gut. Ähm. Ich liebe normalerweise Japan und asiatische Kultur. Aber der Sticker ist mir viel zu blass. Ich erkenne da kaum etwas. Deswegen. Ähm. Genauso ist es mit dem. Hier. Den lasse ich aber hier. Und den kommt weg. Das lasse ich hier. Das lasse ich auch hier. Das hier finde ich. Nee. Kommt weg. Kommt weg. Und die Vögel lasse ich hier. So. Schade, dass ich nicht noch mehr von den Vögeln habe. Die fand ich eigentlich ganz cool. Da brauche ich nichts auszusortieren. Das weiß ich. Das lasse ich alles hier. Kommen wir zu diesem Umschlag hier. Und die bleiben da. So. Und da sind auch noch ein paar Sticker drin. Die sind nämlich von der Uli. Von Uli's Tration. Ähm. Den gebe ich ab. Und das gebe ich ab. Und das finde ich total mega mega süß. Also süß. Doch. Schon. Okay. Wir packen es an. Dann haben wir hier Sticker. Aber soweit ich das hier erkennen kann, gebe ich davon nichts ab. Denn da sind alle Sticker, die ich brauche. Da sind die goldenen Sticker drin. Und die Disney Sticker. Wobei. Moment. Moment. Ich mag Rapunzel nicht. Ich mag all diese Disney Prinzessinnen nicht, die wirklich so dazugekommen sind. Und deswegen gebe ich meine liebe Rapunzel hier ab. Weil die gehört für mich nicht zu den Disney Prinzessinnen. Ich bin da ganz, ganz streng. So. Der Disney Prinzessinnen mag der. Also Mulan. 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 Ich mag Mulan. Aber. Ich lasse die da. Ich mag Mulan. Geht doch nichts über Mulan. Muso ist da auch drauf. Also. Sind wir mal nicht so streng. Was haben wir hier Schönes? Das. Lass ich da. Das sind nur noch ein paar Sticker drauf. Ich überlege, ob ich das wegschmeißen soll. Aber. Ich gebe sie euch. Weil das sind wirklich noch ein paar Sticker, die ihr benutzen könnt. Das hier gebe ich ab. Das nicht. Das gebe ich ab. Das gebe ich ab. Das hier. Gebe ich auch ab. Ja. Also bleiben nur noch zwei. Und die könnte ich theoretisch in den anderen Ordnern sagen. Boah. Bin ich gut. Bin ich gut. Weg damit. Ich habe mir gerade so einen Deckel von einem. Und. Und. Pappen wir das alles mal hier rein. Sachen, die wegkommen. So. Noch so ein großer Fedder. Teil. Stück. Alles raus. Schwere Arbeit hier. Schwere Arbeit. Da fliegen irgendwelche Herzen drin rum. Ich glaube aber die lasse ich hier. Ja. Die lasse ich hier. Die lasse ich auch da. Die habe ich erst vor kurzem gekauft. Dann haben wir noch ganz viele Sakura Sticker. Ich glaube die lasse ich sogar alle hier. Ja. Das hier gebe ich ab. Die finde ich ganz schön. Aber. Irgendwie haben sie mich noch nicht so wirklich überzeugt. Genauso wie die hier. Die haben mich auch noch nicht so wirklich überzeugt. Obwohl die Schweine Geld gekostet haben. Ganz ehrlich. Aber ich habe davon glaube ich nur. Vielleicht einmal irgendwas benutzt. Und dann nie wieder. Aber die Schleifen die lasse ich. Die finde ich cool. Das sind auch meine Farben. Die gebe ich weg. Ich dachte ich würde sie benutzen. Aber ich frage mich warum ich die überhaupt gekauft habe. Weil das sind überhaupt nicht meine Farben. Aber das ist so wirklich der. Dieser Zwang von. Von dem Pfeil-Effex. Von dem Planerrausch. Und da muss man natürlich immer alles kaufen. Was man nicht braucht. Die lasse ich noch hier. Und das lasse ich noch hier. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Und hier kann ich die eigentlich komplett rauskriegen. Das merke ich hier. So. Dadurch fickt der Ordner nämlich auch noch ein bisschen dünner. Kommen wir zu dem Ordner hier. Mit diesem Teil. Bei dem weiß ich jetzt schon, dass ich das abgebe. Das sind so Washi-Sticker. Und das sind glaube ich wirklich Washi. Ja so ein bisschen. So ein Papier. Die habe ich noch relativ neu. Deswegen behalte ich die. Die behalte ich auch. Die kommen weg. Die behalte ich auch. Und bei denen ist es schwierig. Weil die habe ich mir extra gekauft. Damals. Weil ich die nicht mehr hatte. Und ich frage mich warum. Weil ich sie immer noch nicht so gut finde. Also weg damit. Gut. Kommen wir zu meinen Glitzer-Glitzer-Glitzer-Stickern. Und da hat sich viel angesammelt. Muss ich sagen. Und deswegen muss da aussortiert werden. Bänchen. Tut mir leid. Aber ihr kommt weg. Ich habe hier noch asiatische Kätzchen. Die kommen weg. Die Herzen. Die sind mit einem Dorn im Auge. Deswegen kommen die weg. Genauso wie die hier. Ich dachte ich werde sie benutzen. Aber nein. Die hier lasse ich da. Das lasse ich auch da. Die lasse ich auch da. Tattoo. Das lasse ich da. Das lasse ich auch da. Das kommt weg. Das lasse ich da. Das lasse ich auch da. Schwere Entscheidung. Das lasse ich noch hier. Erdgern lasse ich auch noch hier. Lasse ich auch noch hier. Bienchen. Die finden es süß. Die bleiben da. Das kommt weg. Die bleiben da. Das kommt da. Was ist das denn? Schmeiß ich weg. Schmeiß ich weg. Oder ich gebe euch. Da sind ja noch Sticker mit drauf. Also wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr es auch wegschmeißen. Die lasse ich auch da. Das lasse ich auch da. Das bleibt auch da. Das hier ist immer so ein Act. Oh nein. Ich hab das jetzt kaputt gemacht. Nein. Nein. Es lebt noch. Es lebt noch. Zumindest der Schriftzug. Schwierig. Solche Pop-Up-Sticker. Das ist nicht. Ich lasse es mal beiseite. Vielleicht weiß ich es dann. Die lasse ich da. Die haben wir auch noch relativ neu. Das. 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 Eins davon gebe ich ab. Ich brauche das jetzt nicht. Oh. Das gibt es doch nicht. Diese Hosensticker sind überall. Ich habe sie kein einziges Mal benutzt. Schade. Ähm. Lass ich da. Lass ich auch da. Kommt weg. Bleibt da. Bleibt da. Bleibt da. Bleibt. Lass ich noch da. Lass ich da. Lass ich da. Kommt weg. Was habe ich denn jetzt. Abgegeben. Habe ich das eine. Habe ich das da gelassen. Ich muss gerade mal gucken. Es gibt anscheinend mehrere von denen. Ich habe den Bogen hier gelassen. Den einen lasse ich natürlich hier noch. Und da ist wohl noch ein Bogen. Bleibt da. Kommt weg. Oh. Wie ist das? Hier nervt. Die Schmetterlinge. Da hatte ich damals auch etwas vor. Aber die finde ich noch schön. Deswegen bleibe ich hier. Ähm. Hatte ich schon mal benutzt. Tatsächlich. Und die bleiben da. Bleibt da. Bleibt da. Bleibt da. So. Es ist zwar ein bisschen weniger geworden. Aber. Die Glitzer kann ich halt eben nicht widerstehen. Gut. Kommen wir zum nächsten Teil. So. Eins lasse ich, glaube ich, hier. Eins gebe ich weg. Das finde ich noch schön. Das gebe ich ab. Ich habe hier noch was. Das gebe ich auch ab. Dann habe ich hier von Hema noch was weg. Das lasse ich hier. Das lasse ich auch hier. Das lasse ich hier. Und das lasse ich da. Eins kommt weg. Das lasse ich da. Eins kommt weg. Und hier lasse ich sogar zwei da. Oder lasse ich das hier. Und das geht weg. Ja. Das machen wir so. Okay. Und die lasse ich komplett hier. Weil sie mir so viel bedeuten. Dieses Teile. Das finde ich wunderschön. Deswegen bleibt das alles hier. Wow. Hat sich schon einiges angesammelt. Schaut euch das mal an. Also. Beschweren kann man sich nicht. Was haben wir denn hier noch schönes. Da habe ich zum einen meine eigenen Stickern. Die bleiben natürlich hier. Das bleibt auch da. Diese Verstärkungsringe. Ich habe hier. Die lasse ich auch hier. So. Summer. Das war das Thema. Ich finde die Brillen cool. Und ich glaube. Die lasse ich hier. Das lasse ich auch hier. Let's go somewhere. Das gebe ich glaube ich ab. Also die gebe ich. Eins lasse ich hier. Eins gebe ich ab. Beach. Das lasse ich hier. Das gebe ich hier ab. Das sind zwar jetzt Project Life Karten. Aber die haben halt eben mit. Mit Themen zu was zu tun. Das bleibt hier. Das geht weg. Bleibt hier. Das geht weg. Reise. Bleibt hier. It's summertime. Gefällt mir nicht. Beach, beach, beach. Sea, sand, sun. Bleibt. Gut. Das hätten wir jetzt auch mal ein bisschen aussortiert. Gut. So. Kommen wir zu den letzten Stickern. Die ich aussortiere. Und ich glaube die gebe ich ab. So. Wir wollen uns von Ballast befreien. Deswegen Leute. Muss ich hier Klasschiff machen. Sonst geht das nicht anders. Gut. Okay. Also. Ähm. Die. Gebe ich ab. Was steht hier. Das geht weg. Das bleibt hier. Das gebe ich ab. Happy New Year. Okay. Äh. Das bleibt. Aber ich glaube das tue ich irgendwo anders hin. Sonst. Ähm. Gebe ich ab. Das bleibt hier. Das gebe ich ab. Das gebe ich ab. Ähm. Das bleibt hier. Das gebe ich ab. Und das gebe ich ab. Sollen wir hier. Eins hätte ich da gelassen. Eins kommt weg. Blattier. Blattier. Das geht weg. Hm. Ich mag. Das bleibt da. Das bleibt da. Uh. Ich habe sogar welche. Uh. Das ist perfekt. Ich habe nämlich welche gesucht für meinen Planer. Und da ich die jetzt alle in mein Stickerbuch reingeheftet habe. Habe ich keine Möglichkeit die zu zerschneiden. Und dann in meinen Planer zu packen. Deswegen ist das. Kommt mir das sehr sehr gelegen. Weg. Bleibt. 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 Weg. Bleibt. Perfekt. Aber wer sagt es denn? Okay. Okay, wählen wir noch eine Kategorie und zwar diese asiatischen Sticker, die ich mir mal gekauft habe in einer Buchhandlung. Die könnt ihr noch bestellen im Internet, also auf Amazon, glaube ich, gibt es die und wie gesagt, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen aussortieren. Okay, und das sind diese hier. So viele brauche ich eigentlich gar nicht, deswegen werde ich schauen, wie ich das alles, ich muss die gerade mal irgendwie sortieren. Hier habe ich meine Geheschas, hier habe ich zum einen unausgemalte Bilder, ich glaube, die gehe ich ab, die lasse ich da, die finde ich sehr, sehr schön. Bei denen weiß ich es nicht. So, das bleibt auf jeden Fall hier. So, hier habe ich zweimal das gleiche, also eins geht weg. Einmal in blau. Die lasse ich auch hier. Weiß ich nicht. Ich bin mal so unschlüssig dabei. Das lasse ich auch noch hier. Ah, mein Rot habe ich schon. Deswegen wird das eine weg. Das finde ich zu dunkel. Das Blatt hier. Die Geheschas, dann auch hier. Das, die bleiben nicht hier. Das hier. Bei denen muss ich noch gucken. Das Blatt auch hier. Die finde ich sehr, sehr schön. Ich mache diese Farben. So, noch ein paar Geheschas, die gebe ich aber ab. Ich habe eins weggegeben, eins lasse ich hier. Seid, bleibt. Und einmal gebe ich ab. So, das lasse ich hier, das gebe ich weg. So, jetzt haben wir es. Wir haben es. Wir haben es. Ich habe alle Sticker aussortiert. Und wie ihr seht, ist einiges zusammengekommen. Und zwar diese Kiste voll, die ich, also, das ist schon einiges, was ihr von mir kriegt. Und jetzt machen wir mal den Test, ob ich den Ordner auch zu kriege. Äh, ich merke mich gleich nochmal. Uch, die Kamera ist ja abgestürzt. Oh Gott, habt ihr noch irgendwas gesehen? So, machen wir mal den Test. Es ist schon einiges weggekommen. Deswegen bin ich schon froh. Also, man merkt, es ist dünner geworden. Und ich kriege ihn zu. Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen gewölbt, der Deckel. Aber theoretisch würde ich ihn so wieder zu kriegen. Und ich bin so glücklich. Oh mein Gott. Ich glaube es nicht. So, ähm, das war es von meinem, ähm, Aussortier-Video. Nee, bei dem, nee, es fehlt noch eins. Ein Video fehlt noch. Und, äh, das möchte ich mit euch natürlich dann, ähm, auch heute machen. Ich muss mal gucken, ob ich alles zusammenkriege, was ich aussortieren möchte. Und dann sehen wir uns ein letztes Mal noch. Macht's gut. Tschüss.